Das hat ein Überraschung. Mann, Luft doch mal, du blöde Kuh. So, zurück Heilung, Mensch, bleibt die da einfach stehen und lässt sich das mal schön einen überbraten, nach dem Motto, ach, ich komm schon, ist ja kein Problem. Und jetzt, dann müsste er noch irgendwo sein, gehe ich wieder auf die Flammen. Aber bis für den. Ach, ich doch. Ne, nicht genug, du wolltest mich die ganze Zeit ab. Du wolltest mich da gerade runterwerfen. Ne, dir folge ich nicht da runter. Jetzt komm ich nämlich nicht mehr hier hoch. Bin dir blöd, Mann. Äh, wie komm ich denn jetzt hier hoch? In diesen Affen komm ich ja nicht mehr hoch, also wirklich. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier entgegengesetzt das Wasserfall? Tja, jetzt geh ich mal. Ich muss irgendwie hier rauf. Äh, ja, spring bitte. Ja, ich verlasse meine Gegend sowas von dermaßen, nur weil der Typ mich hier abgeschossen hat. Ähm, das heißt, ich werde mal neu laden, weil ich hab jetzt keinen Bock noch wegen diesen Affen da jetzt die ganze Zeit jetzt hier, äh, kompletten Weg neu zu laufen. Keine Kraft und ehrlich gesagt auch keine Lust. Wo ist überhaupt mein Typ, wenn man nicht sein, wenn man den mal braucht? Wo ist überhaupt mein Typ, wenn man nicht sein, wenn man den mal braucht? Da ist der. Oh, Mann, ey, ich warte auf den und der taucht dir nicht auf. So. Oh, oh. Das war nicht gut. Ah, nee, F9 hat sie gesagt. Ähm. Das war ja F9. F9 ist laden. Genau. Das war ja F9. Da mach ich das jetzt zum dritten Mal, weil ich einmal runtergefallen bin. Ja, Häschen, ich hab Hunger. Und jetzt kommt die Waffe wieder. So. Hey, wo bist denn du? Wo bist du? Oh, da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja, mein Held. Okay, gespeichert. Okay, wollen wir mal drauf wetten, dass er endlich mal hier ankommt. Hm. Komm, wir trinken noch einen Kaffee, bis er mal kommt. Wo ist er denn? Hm. Okay. Der ist wahrscheinlich auch runtergefallen. Ist für mich auch kein Problem, wenn er freiwillig den Löffel abgibt. Wo muss ich ihn lang? Ich muss hier eigentlich... Da war ein Wortschgeräusch. Wo ist denn mein... Hampelmann? Steht der noch da drüben? Ist egal. Der wird schon irgendwann hinterher kommen. So. Hier, immer noch nicht da. Worte angegriffen. Der ist immer noch nicht da. Gut. Ist aber auch kein Problem. Ich werde diesen Ort finden. Und mal gucken, was mich erwartet. Speichern. So. Als Tase speichern. Genau. Äh. Muss ich jetzt... Da lang. Ich muss da lang. Das heißt, ich muss hier komplett außen rumlaufen. Ähm. Ich kann also hier auch am Rand langlaufen. Solange ich nicht runterfalle. Also das ist alles möglich. Wie es mein Kompagnon natürlich macht, weiß ich nicht, ob der auch da langläuft. Der ist keine Bergziege. Nee. Der kommt da nicht hinterher. Der geht wahrscheinlich die ewig langen Kilometer, äh, Umwege. Hier. Ach. Ja. Krass. Und ich setze euch mal für das ohne Sicherung. Und ähm. Ich folge eigentlich nur dem Wasserfall. Ganz einfach. Wenn man im Wasserfall direkt im Wasserfall ist, ist die Aufprallung nicht so stark. Zumindest ist das bei Minecraft so. In dem Spiel scheinbar auch. Äh. Okay. Dann gucke ich mal, wie der auch seine Karte aussieht. Ich laufe voll in die falsche Richtung. Ich muss jetzt eigentlich hoch. Ja, du sollst berechtigt Angst haben. Äh. Äh. Ne. Ich brauche das Fuchspelz noch. Den Fuchspelz hier. Dann. Hier lang genauer. Also eine richtig schöne Trabantenecke. Ja. 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 Ja.